Also glaube ich, wir brauchen ein Projekt. Wir suchen uns eine Perspektive. Wir gehen quasi jetzt nach Hollywood. Und ihr zuhause bestimmt hiermit, Woche für Woche, könnt ihr hier bestimmen, womit wir nach Hollywood gehen. Das Genre unseres Films, des ersten Improvisionäre-Spielfilms wird sein. Es wird, ganz knappe Entscheidung, ein Film noir. Du bist eine Legende. Und du könntest auch eine sein. Ich möchte, dass du den Koffer behältst. Ich töte denn deine Tochter? Merk dir keiner Frank. Wenn ich jemanden umbringen möchte, lage ich dir nicht hinterher. Du hast deinem Land einen ganz besonderen Dienst erwiesen, Bella. Für dich. Du hättest dich entscheiden können, Olaf. Ich hab mich entschieden. Wofür? Für dich. Zu spät. Tschüss! Musik Musik Musik